Ja, der Jan hier von Music & Stuff und wir sind hier immer noch am Icon Stand auf der NAMM Show, wo es eine weitere Neuheit gibt und zwar den Platform M, zu der uns der Lars auch mal ein bisschen was erzählen wird. Ja, hallo, das ist der Platform M und das zweite Produkt, was ich euch hier vorstellen möchte, ist der Platform D, hier schon fertig montiert. Der Platform M ist ein MIDI-DRW-Controller mit neuen motorisierten 100mm-Fadern, Push-Potis, Select-Mute-Solo-Record-Tastern, alle Hintergrund beleuchtet, einer kompletten Transportsektion, Jog-Wheel, Master-Fader und optional erhältlich Platform D, das LCD-Display, das direkt mit dem User korrespondiert und die DRW zum Controller bringt, so dass ich genau erkenne, welche Einstellung ich angewählt habe, was ich aktuell mit dem Gerät anfange und was ich eingestellt habe.